Hallo, willkommen zu diesem Video, in dem es um meine Analysemethode aus der Welt der Chart-Technik gehen soll, um die 1-2-3-Muster. Diese 1-2-3-Muster sind Trendwende-Formationen, die am vorläufigen Ende eines Aufwärtstrends oder am vorläufigen Ende eines Abwärtstrends auftreten können und dann eben ankündigen könnten, ob es sich hierbei um einen Hochpunkt oder einen Tiefpunkt im Markt handeln könnte. Die Basis von den 1-2-3-Mustern ist die Markttechnik, da geht es also um höhere Hochs, höhere Tiefs, also die klassische Trendlehre im Aufwärtstrend oder tiefere Tiefs und tiefere Hochs in einem intakten Abwärtstrend. Schauen wir uns da die Details mal an. Ein 1-2-3-Muster, klassisch ist ein Aufwärtsimpuls, wenn man von einem 1-2-3-Tief ausgeht, eine Gegenbewegung, wo der Markt also dann kein tieferes Tief mehr macht und anschließend geht es auf ein höheres Hoch, das eben über dem Hoch des Punktes, des Anfangsimpulses liegt und meine Nummerierung ist die 1-2 und die 3 und die 3 ist dann in dem Fall der Schlusskurs über der 1, möglichst ein bestätigter Schlusskurs und das ist genau diese Verhaltensänderung, die man eben nach einem Abwärtstrend irgendwann mal erkennen kann, weil ein Abwärtstrend ist ja ein tieferes Tief, tieferes Hoch, tieferes Tief, das geht immer weiter nach unten, bis dann der Markt eben diese Verhaltensänderung zeigt. Wenn man das Ganze dann vertikal spiegeln würde, dann hätte man dann 1-2-3-Top und man hat eben dann die Möglichkeit sich zu orientieren an diesen Punkten. Der Punkt 1 ist dann im Rücklauf, sollte einer kommen, eine Unterstützung, darunter der Punkt 2 und man kann eben aus der Impulslänge, von dem Impulsanfang bis zum Punkt 1 nach oben, auch mit Fibonacci-Preisprojektionen, mögliche Widerstände, die dann eben, wenn der Markt beginnt zu steigen, mögliche Zielzonen oder Widerstandszonen sein können. Täglich von 9 bis 10 Uhr bin ich im CMC Markets Börsenbuffet, ein Livestream, eine Live-Sendung, in der ich die Märkte nach diesen Mustern sondiere und da Ausschau halte und live den Markt hier, vor allem auch den DAX mir anschaue, in Form des bei CMC Markets handelbaren Germany 30 Cash Safety. Ich lade Sie herzlich einmal einzuschalten. Ich lade Sie herzlich einmal einzuschalten.